Es wird nicht als früher sein. Ja, was soll ich denn da hörst du? Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme-Scrib-Mechenik. Das ist das vierte Video, weil mir nicht alles dascht. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du hast so schön im Auto. Und ich hab' einen Durst. Das fängt ja gut an. Warum macht es kein Willi mehr? Weil es ein normaler Auto ist. Wenn es willst, können wir doch nur einen Drakster bauen, ok? Einen Drakster macht auch keinen Willi. Wie eine Willi-Machine. Ja, passt, Alter. Ich baue da einen Charger. Oder einen Challenger. Dafür kümmere du das, dass wir Öl kriegen, bitte. Öl? Ja, sehr ganz easy. Und das Wasser brauchen wir auch. Ich hab' Bär-Pumpen gecraftet, oder? Ja, die sind da drin. Ich hab' keine Sachen dafür gebraucht. Ich brauche mehr Essen hier. Ich brauche mehr Essen hier. Dann schon etwa brauche ich auch stehen. Schon die Sachen dafür gebraucht? Steaktiv. Schon etwa so. Ah ja, die Nacht müssen wir dann wieder abhauen. Können wir gerne machen. Du hast doch die 10.000 Bürger aber... Nein, ich hab' gar keine Bürger. Gar nicht, gell? Mehr. Mehr hast du schon nicht gegessen? Ich hab' alle da auch nicht gehabt. Das glaube ich dir nicht. Doch. Vier hab' ich noch. Schau. Vier Steaks oder vier Burger? Vier Burger. Bist du sicher? Ja, ich kann auch gerne streamen. Also warte mal. Ja, da glaube ich es ja vielleicht sogar. Ich hab' eh schon gekauft. Achso. Da ist der Schalter. Hast du die Tools schon rausgenommen? Ja. Ja. Ich hab' fast alle benutzt. Bis aufs Connection Tool. Ah, bis aufs... Ah, aufs Reading Tool. Bis aufs Connection Tool benutzt. Der Weg. Hey. Ein in die Kisten. Ich bin in der Kisten. Ein in der Bett. Hast du schon alles verbracht? Was? Ah, nein. Da ist der ganze Kleber drin. Sag mal... Sag mal... Sag mal... Sag mal erst zwäng gebauen wollen. Sag mal erst zwäng gebauen wollen. Ja, ich brauch 20 wie ein Bett. Weil ich im Auto ein Bett hab' ich immer. 17 plus 8 haben wir. Wo haben wir 8? Dann hab ich mal da. Da? Sondern? Umliegen? Also... Vor dem... Vor dem... Es reicht, dass du das zweite Mal noch umhörst. Da liegt 20 auch, aber du... So, ein in die Kisten. In die Kisten brauchen wir einen Metallblock 1. Metallblock 1 hab ich mir nur da. We... Jetzt kannst du... Ich wollt doch nur einen Kisten haben. Lass mich mal einen Kisten fahren. Ja, ich mach ein Bett. Dass ich den Autos aufkochen kann. Ich wollt's doch wieder einen Autos aufkochen. Ritsche, da hast du... Ja? Was? Über 20 kann ich mir da geben. Das ist... Das ist alles so gut. Super! Nice! Nicht einmal... Nicht einmal annähernd. Ja, ich will im Auto auch ein Bett haben. Ich find das Auto schon schön gebaut, oder? Es ist ein Pickup. Was sollen wir dagegen sagen? Ja... Ich hätte viel dagegen sagen, aber man wissen wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht, weil du Angst hast. Du hast dich dagegen sagen, aber nicht das Garten. Du bist doch wirklich hier im Schöler. Ja... Nein, ich bin nicht der, der hier im Schöler ist. Warte, du vertraust mich da mit meinem Bruder vielleicht? Na ja, gut möglich. Ja... Relativlich gut möglich. Relativlich gut möglich. Das ist ja ein Pickuport. Was ist das? Nein... Das ist doch gut. Du kannst ja auch kaputt. Gut, dass ich wisse tatsächlich. Schöss. Es ist geschießen. Also warte mal, ich hab eh welche Minuten. Hoppla. Du hast doch ja ganz so viele Teile gespissen gehabt. Was ist denn mit dem passiert? Erst rennt die, rennt die, die, die... Bumpen auf Turbo, oder? Das frage ich mich auch gerade erst. Aber sie hat dich für ihren Bus aktiviert erst. Da war dann rein der Puppe so schnell. Ist das normal? Das frage ich mich auch gerade. Nein, das ist alles der Timelapse. Aber wir spielen extra langsamer. Reggie, ich hab was gebaut für dein Fahrzeug. Und zwar Scheibenwerfer. Ja. Ja, jetzt muss ich... Äh... Warum muss die Scheiße auch... Na, oh ja. Passt so. Guck mal. Du hast raus, nein, was? Das da. Eine Kiste, das Auto, oder was? Tag! Der hat ganz ehrlich vor, dass ich häng ja. Wir wollen sonst trinken. Weil ich war so zwei Arbeiten, da hat's so auf Zeiten häng ja, schau. Oh. Der passt ja da vorne so gut hin, hast du... Bei der Seite aber auch, schau dir das auch. Oh. Gott. Ich hab ein ganzes Stück die Seite mit Krabber. Oh, einer hängt grad schon. Das ist von hinten da. Ja, warte mal. Jetzt hast du mich schubst, jetzt hörst du mich zum schubsten. Ja, warte mal. Wenn, wenn dann, ja. Wenn schon auf einer Seite, musst du das natürlich auf der anderen Seite tausen. Genau. So, warte mal, ich sitze ja gar nicht dabei, gell. Was? Siehst du, ich sitze ja gar nicht dabei. Okay. Okay. So, jetzt kurz anschauen, wie du das da dringend gemacht hast. Okay. Da unten, sowas sonst gemacht. So, jetzt schau dir mal. Was hat du mithörst? Ja? So. Jetzt war das richtig aus, oder? Ich hab das richtig. So. So. Nein, das passt nicht. Doch, doch, das passt so. Hast du die eine Seite anders gebaut als die andere? Natürlich war das. Das habe ich nicht anders gebracht. Nein, aber halt nicht, oder? Sicher. Nein, das darfst du. Jetzt! Warte, das ist... Trotzdem anders gemacht, das ist gezogen. So hast du es vorher, du hast es auf der anderen Seite. Das ist wirklich, ich weiß es nicht genau. Ich wundere mich schon, hörst du. Der baut sein Auto unsymmetrisch. Ja, hörst du, das lässt sein Auto unsymmetrisch sein. Ah! Mein Auto wird gleich viel schlimmer. Da springst du denn mein Auto wirklich um einiges schlimmer in. Nein, ich versau nicht den Tag. Nein, du kleiner. Du kleiner Hu. Ich wundere mich gerade was so geiles bauen. Was denn? Es ist so geil, aber unten nicht. Ich schwör. Es wüsste gleich sehen. Wenn du einen Bauern was bauen willst. Ja. Wenn du einen Bauern was bauen willst. Ja. Das ist eine Frechheit, weißt du das. Geh! Was? Hast du noch... Hast du noch... ...Circleboards? Nein. Nein. Obwohl ist er nicht gerade. Schaut. Ja, ist egal. Ich mache das natürlich jetzt später. Wir hatten wieder ein wenig unter dich verbaut. Was denn du vor, bitte? Ich wüsste gleich sehen. Es ist schon wieder etwas typisch... Ja. Es ist schon wieder so ein typisch ich, was ich eigentlich machen werde. Ich verspricht dir, du wüsste genau sehen, warum ich das machen werde. Ich mich einfach kurz schaue. Ich verspricht dir das Auto auch schon, okay. Ich verspricht dir das Auto nicht auch. Ich sehe hässlich schau in mir. Dann hat es auch Spaß. Wie du hast. Das hast du gebaut, das hast du gebaut, das hast du gebaut, nein ich glaube ich weiss schon was du gebaut. Und zwar? Versteh ich halt noch nicht wo der Absperr herkommt, aber ich glaube ich weiss was du gebaut. Gut dass du es weisst, ich muss nicht nur mit dem Auto für fahren. Wie viel zu scheiße was der Crafting-Geschirr nix anbrechen kann. Einfach das Auto anschauen ok? Die scheiße Auto. Schast zwar eh aber nicht so wie du. Aber eh nicht die Mutter haben, du hast eh nicht. So bin ich doch. Ja, ich sag was ist, das ist geil aus. So. Ich bin schon hier hinschauen oder? Schau da, schau da. So. Super Schaße drauf gerade. Sicher. Äh wenn und schon vierfach, gell. Zweifache ist schon scheiße aus, wenn und schon vierfach. Ja ok, verlegt. Ein bisschen weiter enttöten, naja na. Nein, das sieht schon gut aus. Nein, das Bett geht nicht so. Sie ist falsch, steig aus da. Sie ist falsch. Scheiße. Hast du das vorhört eh, wenn du schreckt? Ja. So, versenkst du es in der Wand. Also, nein, ja genau in der Wand. Sie sind nicht 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 in der Wand. Das ist schon richtig. Warte, warte. Ich habe mir gerade so vierfachen. Sie haben vierfachen Supercharger. Eee, es geht bei Metal Arts aus. Ich weiß nur warum. Ja warum, woher? Wenn du ja den Super-Judger fahren lässt. Der ist wichtig, der bringt Leistung. Und für was die Obstbeher? Ja, Pulli. Der dreht sich, wenn du Gras gibst. Ahhhh. Au, jetzt ergibt Sinn erst. Lass mich beim Wunder wenigstens ein wenig realistischer machen. Du und Sinn, das geht jetzt nicht zusammen. Ja, das ist ja auch nicht so oft. Damals, wir sollten gemeinsam. Ja, jetzt filmen wir auch. Ja, das ist schon besser. Ja, jetzt gucken wir, wenn du dazu kommen. Jetzt bin ich. Das Auto wird dann aber nicht realistisch auch noch ausgestanden. Schau erstmal, wie spät haben wir es. Wie ein guter Weg ist. Hey, lass mir ein Auto. Ah ja, warte, ich habe einen zweiten Siss gefunden. Warte, wo ich nicht hinkam. Ja, der Auto ist ja noch ein Einsitzer. Da geht doch kein zweiter Sitz rein. Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Ach, der ist ein bisschen breiter bald. Ein bisschen, ja. Aber ich glaube, zuerst gehöre ich auch wieder anbauen, oder? Ja, doch, kommst du auch gleich mit? Wir müssen uns bewässern da. Ja. Warte, so was los geht. So, eigentlich kann ich schon auffangen. Warum jetzt zweite? Äh, weiß ich nicht genau. So, du bewässest ja über eins. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie wäre jemand da? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hier drücken wir selber bitte. Bitte sagen, ist es bitte doch vorbei. Nein! Du bist dumm. Ja, was hilfst du mir gar? Ah. Das wird nicht erst früher sein. Ja. Na doch, ich sehe fast nichts eigentlich. So, ich mach die Seite da. Ich mach gar keine Seite. Doch, du machst das. Nein. Nein! Das wird nicht angreifen. Ja, was soll ich denn da erst? Das ist nicht so schlimm. Nein, das ist nicht der erste Reihe weg, so. Das ist nix, da wäre auch so viele Crops. Nimmst du den gerässlichen Gewinn mit dabei. Ja, sicher. Ich topse da alle. Da drüber 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 drüber, sonst passt schon. Nein, die wir brauchen Leute zu sagen. Jetzt ist es wert, wenn wir alle in der Beste finden können. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, bitte. Warte, hast du die Leistung, du brauchst doch auch, oder? Jetzt kommst du nicht mehr zurück mit dem Auto. Es ist doch ein bisschen wenig Leistung. Ja, schon, gell? Hast du es gerade im Öfer senkt? Ganz ehrlich, wenn du jeden Führerschein hast, habe ich auch gesagt, bitte mitfahren. Das habe ich auch gesagt, dass du auch im Öfer senkst. Nein, warum? Obwohl, wenn du Öfer senkst, dann kann man das vielleicht nachfahren. Das ist aber ein Gefühl, als du für das kleine Auto da. So ungefähr. Hast du ein Circuitboard? Eins? Nein. Nein. Fesse. Warum läuft das, willst du nicht bauen? Ja, dann kriegst du auch ein Headlet. Bitte, sieh sein, Alter, sieh das gleich komplett selber gepackst. Das ist schwer. Wo ist das denn? Nein, warte mal, du gehst dahinter Block. Nein, gehst du nicht. Okay, gut. Was heißt? Du brauchst dahinter keinen Block. Oh, passt auf die Seite, du hör nicht. Genau. Das brächt mir auch ein B-Tool. Kannst auch keiner leisten von uns. 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 So. Ich hätte es eigentlich gesagt. Das war es einmal mit dem Video. Das ist aber ein kürzes Video. Liken, abonnieren bitte nicht vergessen. Glocke aktivieren, wenn ihr abonniert habt. Lasst einen Kommentar da. Und schreibt in die Kommentare, was es dem Auto da holt. Warte. Schaut euch scheiße aus. Und tschüss. Schauen換 so leise dem Video. We behavior nicht. Wir haben auch nur display. Wir haben damit Plämphh argument gemacht. Mach fond. Schauen nach Tang. Schauen? Wir Ganzevlen da euch. Ich Initially 20umu. Aber AC estadounosota. Wir waren dann im consolidateero. Und hatten über 20 Bis zum nächsten Mal.